Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play League of Legends. Habt ihr auch nur leider ein bisschen zu spät angemacht. Okay, LeBlanc bastet ihr Mana. Kannst du meinetwegen machen. Ähm, das heißt, äh, ja. Bisschen zu spät. Ja, mehr ist es nicht. Soll ich mich einfach momentan noch hochheilen? Noch kann ich das ja ganz gut. Oh, das ist ein sehr, sehr early Gang. Alter. Lol. So early habe ich den Gang nicht erwartet. Ich habe um den early Gang gebeten. Okay, das ist nicht die richtige Blanc. Hier ist nämlich die hintere. Die hat nämlich gerade einen Heal-Pot an. So, wie läuft es gerade gut? Aber Jarvan hat auf jeden Fall schon mal ordentlich geholfen. Das heißt, sie kann jetzt nicht so schnell Druck aufbauen. Wenn ich nämlich eine gute Kombo mache und dazu eine Ignite, dann war es das mit der Blanc ziemlich schnell. Komm schon. Boah, das gibt es ja nicht, wie ich hier nichts abkriege. Alter, ich habe schon Ewigkeit nicht in Wendimi gespielt. Also im Grunde ist das in gewisser Weise eine... Wie heißt das? Eine Neuerung? Ne, nicht Neuerung. Na, jetzt habe ich das Wort vergessen. Gerade hatte ich es doch im Kopf. Okay. Das lief doch ganz gut. Der Trade ging in my favor. So oft kann die nicht bursten, weil ihr fehlt ihr Ranspringen. Okay. Ich kann mal bei Jarvan bedanken, weil Jarvan macht seinen Job echt gut gerade. Level 6 ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger für mich, weil sie dann ihr... Dings kriegt. Oh, Passiv aktiviert. Ich hätte natürlich einiges mehr sustainen auf der Lane. So. Ich kann mich zwar... Ich kann sie zwar nicht wirklich töten, aber ich kann mich zumindest vollsagen. Oh, schön. Oh, mein Gott. Wunderbar. Da kriegt er erstmal ein großgeschriebenes Good Job. Das ist dann noch besser als ein kleingeschriebenes. Wow. Jarvan weiß zumindest, wie man junglet. Ich habe das Spiel jetzt gerade direkt nach meinem Sijani-Spiel aufgenommen. Das heißt, es ist nur noch... Wie sagt dieses No... Ist der Is-No-Earth-Level-Ding am Laufen. Man kommt also momentan nur in League of Legends, wenn man den Code kennt. Das ist nämlich ein Geheimwissen, das nur ungefähr 40% der Spieler kennen. Also fast jeder. Da ist LeBlanc wieder. Gut. Ich habe erstmal ein Level-Vorurteil. Ich werde mir... Dings holen. Okay. Schönes Ignite. So, ich weiß nämlich, was ich mir jetzt holen werde. Ich könnte natürlich auf Hextech gehen, aber ich gehe erstmal auf Spirit Visage, weil das kann so LeBlanc ziemlich aus dem Gleichgewicht werfen, wenn man auch mal einen Haufen Magieresistenz mitbringt. Weil so spielt... Also, ich weiß, gegen LeBlanc kann ich eh nichts machen. Es ist so, ich werde LeBlanc nicht töten können. So einfach ist das. Ich werde die Lane einfach überleben. Ich werde versuchen, mehr Farben zu haben als sie. Was jetzt schon der Fall ist. Ich werde versuchen, ins Late-Game zu kommen. Und im Late-Game werde ich halt in Vladimir sein. So, wie sich halt in Vladimir eigentlich spielt. Früher habe ich einen viel zu aggressiven Vladimir gespielt, bin deswegen oft auf die Fresse gefallen. Vladimir ist eigentlich so ein Champ, da muss ich sagen, der ist zwar von der Mechanik her sehr einfach, aber ich finde, es ist extrem schwierig, sich mit ihm Early-Game zurückzuhalten. Also man braucht da so ein bisschen, äh, Dings für. Wie heißt das? Geduld, genau. Also man darf nicht zu oft zu aggressiv sein. Man kann hier ein bisschen poken. Ist ganz nett. So wie hier. Ich habe meine Magieresistenz. Der dürfte jetzt erstmal gegen LeBlanc so nicht schief gehen. Wow. Die frisst ordentlich. War mir schon klar, dass das die falsche LeBlanc ist? Ich hoffe, die Musik ist jetzt wieder besser. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Boah, ich höre jetzt ab jetzt immer diese 8-Bit-Songs. Ich liebe die. Ich weiß nur gerade nicht, wie der Song heißt mit Titel. Da schäme ich mich ein bisschen für, weil ich halte mich eigentlich für einen relativ, naja, was heißt großen Ärzte-Fan. Natürlich vergehe ich zu den Hardcore-Fans, wenn sie auf jedes Konzert sind, bin ich gar nichts. Aber ich kenne schon so ziemlich 99% deren Lieder. So, ich bekomme langsam ein Overdrive. Bleibt mit höherem Level. Okay, was macht Mundo jetzt hier für einen schönen Gang? Na, war ganz nett, der Gang. So, ich habe jetzt auf jeden Fall meine Magieresistenz. Ich bin Tanki, ich habe meine Regeneration, meine Resistenz. Was? Wie weit ist der Strich jetzt geflogen? Ich werde versuchen, so ein bisschen zu baiten. Wunderbar, das lief doch super. Ich habe Mundo nur noch Ignited. Ignited und Mundo fast instant. Ja, Ignite ist sehr stark gegen Mundo. Vielleicht Spectral Skull? Oder... Ich habe jetzt meine Magieresistenz. Jetzt wäre ein Hextech gar nicht schlecht. Ja, die Spectral Skull gibt gar nicht so viel mehr Magieresistenz. Ich sollte alle ein bisschen aufpassen, der Blanc ist nämlich weg. So, okay, also es läuft. Dafür, dass ich seit so langem mal wieder bei mir spiele. Also, ich habe ihn hier und wieder mal gespielt. So einmal im Monat oder so. Und jedes Mal bin ich wieder auf die Fresse gefallen. Naja, was heißt auf die Fresse gefallen? Ich war nicht so gut, wie ich schon mal mit ihm war. Ich habe immer mal zu Anfangs diesen dreimal wieder gespielt. Da war er richtig stark, wenn man ihn auf Tank gespielt hat. Was komischerweise echt gut geklappt hat. Das heißt, man hat sich erst sein Zauberbampir gekauft. Und gegeneinander ein bisschen auf Vamoks und Kristallzepter. Das geht schon ordentlich ab. So, und wenn ich ihre Lane schön pushe, dann kann sie auch nicht ganken gehen. Momentan mit deren Jungle, die die haben. Da ist ja nicht so der Ganker, finde ich. Kann ich mir das erlauben alles? Jetzt habe ich kommen sehen. What? Warum hat das Ding trotzdem getroffen? Ich war gepoolt. Okay, aber ich habe meinen Zauberbampir. Oh, ich salbe mich mal wieder voll. Langweilig. Das ist langweilig, oder? Langweilig. Ohne dich. Ohne dich ist mir langweilig. Ich stehe hier super. Ich muss Jarvan unbedingt onern, wenn das Spiel zu Ende ist. War das ihre Full-Kombo? Ich weiß das gerade nicht. Naja, die Traits sind für mich eh schöner als für sie. Weil ich kann mich am Endeffekt wieder hochheilen, während sie ordentlichen Schaden beibehält. Schön. Ist immer noch nicht da. Keine Ahnung, wo du bleibst. Es ist wahr. Mir ist langweilig. Boah, also die... Ich weiß nicht, aber geht's nur mir so? Aber mir gehen diese 8-Bit-Sounds ordentlich ins Blut. Vor allem da die normalen davon, die normalen Songs davon schon echt gut sind. Da, 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 da. Welche davon wohl die richtige ist? Was ist eine schwierige Frage? Da ist wieder Mundo. Mir egal. Wladimir geht, wo er will. Ich finde übrigens die Erinnerung, die die an dem Villa de Walton gemacht haben, irgendwie lustig. Weil gerade Zaubervampir war immer was, wo sich nicht Mana-Champs für ausgezeichnet haben, dass sie das brauchen. Und jetzt gibt das einfach mal Mana, das Ding. Die Blonk ist scheiße. Sack, die Blonk. Ich denke, das war's dann. Hopp ich mal. Plupp. Wunderbar. Okay. Da hat er geflasht. Schön gemacht, Jarvan. Wow. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich ein super Team miteinander habe. Wobei, gut, Top-Land und Bot-Land auch nicht so gut. Könnte da reden, dass ich Jarvan ziemlich in Anspruch genommen habe. Hoffentlich liegt sich daran. Na, schade. Wir haben trotzdem noch Mundo bekommen. Habe Gott sei Dank, weil ich ihn gleich noch gut gehabt habe. Alltag. Macht da keinen Schaden. Wartet aber gut reagiert. So, wie spiele ich jetzt? Offensiv? Defensiv? Das ist die Frage. Natürlich könnte ich das Ding hier. 20 Prozent. 12 Prozent. Klar. Für das für 800 mehr. Klar, warum nicht? Nehme ich. So, und dann würde ich sagen, noch die dazu. Und den dazu. Ja, läuft. Läuft. Gegen den Blanc erstmal Tanki bauen. Man darf sie ja nicht unterschätzen. Ich meine, gerade war Ken noch da. Oh. Snowdown-Sivir, glaube ich, heißt sie. Oder irgendwas mit Snow-Sivir. Der hat sich nochmal treffen lassen. Man sollte aufpassen, dass der Blanc das Mark von ihrer Ulti nicht aktiviert kriegt. Oh, oh, oh. Amayasu. Das war's dann wohl mit ihm. Ach nein, ist das Ken noch noch Unstoppable? Ach komm, Jarvan. Jetzt macht sie dein Honor nicht kaputt. Ich wollte dich gerade noch honoren. Habt ihr zufällig gehört, wie ich die ausgelacht habe, während ich weggerannt bin? So. Oh nein, wo kommt der Arsch her? Komm, ich möchte Interminions. Oh. Ach, klasse. Scheiß Ken. Na gut, aber gegen Ken habe ich halt meine Magie-Resistenz, ne? Late Game. Na gut, Late Game ist Ken eh voll der Wichser mit seiner Ulti. Das heißt, da kann ich eigentlich nichts sagen. Ja, Late Game ist ab, hab ich ein besseres Spiel oder so. Hm. Ja, wir können mal sehen. Jarvan macht seinen Job eigentlich ganz gut. Krieg dir halt kein Honor für Friendly, sondern für Helpful. Ja, krieg dir ein Hilfreich von mir. Freut mich jetzt eigentlich. Komm schon, Jarvan. Oder Yasuo. Oh, schön. Schöne Wand. Schöne Wand. Ich habe langsam das Gefühl, dass es meine Schuld ist, dass sie an den beiden Lanes so abkacken. Da ich den Junker ziemlich in Besitz genommen habe, Early Game. Na gut, dafür habe ich mit Game de Mundo in Besitz genommen. Na, mal sehen. Na gut, die kommen aber zurecht. Gut. Ich muss auf jeden Fall die Top-Lan geworden halten. Haha. Wow, macht das Schaden. Nicht. Oh, das Jump. Gar nicht bemerkt. Habe ich wirklich nicht bemerkt. Ich glaube, da kommt Ken wieder. Worte mal. Gut, perfekt. Ich hoffe, man hört die 8-Bit-Musik jetzt richtig, weil die letzten beiden Parts habe ich sie jedes Mal lauter gestellt. Aber die hat man trotzdem ziemlich schlecht gehört. Mein Gott, die macht ja fast gar keinen Schaden mehr. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall so weit voraus, dass die im Grunde nur noch ein Witz ist. Was? So, der hat Ignite drauf. Ignite immer für Mundo bereithalten. Tipp Nummer 1 für League of Legends. Aber ich muss sagen, ich fühle mich gerade echt ein bisschen schlecht. Einfach, weil ich Junker im Besitz genommen habe. Aber eigentlich ist mein Team ganz gut. Blitzkink hat gerade einen schönen Grab gemacht. Der war nicht gut, nicht schlecht, der war in Ordnung. Wer kann man von ihm nicht erwarten, so einen Grab zu treffen? Ich möchte diesen Sonar-Arsch haben. Oh, fuck. Na, habe ich den Sonar-Arsch noch bekommen. Scheiß Ken, riecht mich auf. Ich hasse ihn. So, Magie, Resistenz und Leben. Gegen Ken. Gegen Ken ist Sionias ganz gut. Und gegen Sevier. Ist er wie gefiedet? Und gegen Sevier, Sevier. 3-2 ist in Ordnung. Geht klar. Sona, die machen alle AP-Schaden. Was gibt denn noch so schön Magie-Resistenz? Ein bisschen Zepter ja eigentlich, ne? Oder erst mal Leben. Ja, nehme ich erst mal Kristallzepter hier. Ist ja auch eine Art von Tankiness. Ach, und vielleicht Schuhe werden mal nett. Ich Idiot. Los, Blitzcrank, grab ihn dir. Ich glaube an dich. Schön. Haben wir den Wix auch mal. Shutdown. Kennen steht jetzt. 8-1. Scheiße. Ich stehe 6-3. Ich bin dreimal gestorben. Wann ist das denn? Jedes Mal kennen? Könnte jedes Mal kennen gewesen sein. So, ich komme hier mit. Oh. Schade. Mund hat's überlebt. Oh, das LeBlanc. Alter, wie lange will das Ding noch werden? Los Team, ich glaube an euch. Ah, da kommt Ken. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich den Wix doch ziemlich... Okay. Ich möchte jetzt hier nicht noch mehr gritty werden, als es sein muss. Wayne? Wayne hat sich doch ganz gut, oder? Ja, nee. Wayne hat gut gespielt. Muss man sich jetzt nicht drüber beschweren. Zähle ich zurück ja so. Wo ist es? Wir hauen ab hier. Wir müssen jetzt nicht over extenden. Ich glaube, Ken Kills sind dem nicht so viel wert. Wir dürfen dem Gold vielleicht etwas vorne liegen. Weil Ken's Kills nicht so viel wert sind, weil er immer immer dieselben betrittet hat. Nämlich Jasu und mich. Wobei, ich dürfte einiges wert sein, ne? Oh, da ist unser Turret down. So, jetzt ist mal Schuhlevel 2. Die brauche ich. Die brauche ich, dass wir unsere Erfolge haben. Healing himself vor 100 ungefähr. Ja, ein bisschen weniger. 90. 92 glaube ich sind das. Bitte, lege ich alle raus. Gut, ob jetzt alle auf Seville gehen müssen, ist fragwürdig. Ich mach lieber die Wölfe. Weil ich denke nicht, dass wenn sie die zu dritt nicht kriegen können, die hast du viert nicht. Es sei denn, da wartet jetzt ein Gank oder ein Bait auf die. Was ist das für ein Song gerade? Sagt mir jetzt gerade nichts der Song? Sagt mir echt nichts der Song. So, der Baron kriegt erstmal den Award. Jarvan ist asking for assistance. Was soll er denn den Baron machen, oder was willst du? Keine Idee, was der möchte. Come on, Bots. Achso. Achso. Er will, dass Botlane kommt. Wir wollen das in die Mitte pushen, denke ich mal. Ah, da unten kriegen sie auf die Fresse, glaube ich. Und da ist Cannon. Das dürfte es gewesen sein. Ach, Blitz soll man besser boarden. Er hat nicht mal das Boarding... Er kauft sich, alter. Warum kauft er sich denn das Item? Da kriegt er doch gar kein Gold durch. Er macht doch keine Auto-Attacks. Also, das ist doch ähnlich für Range-Auto-Attacker, oder? Was ist denn das für ein Song gerade? Das ist aber eine ganze Stimmung, die gerade hier herrscht. Yasu stirbt gleich, habe ich das Gefühl. Oder? Come on, Yasu. Musste das... Also, ganz ehrlich, das habe ich doch kommen sehen. Hier ist nichts gegen deine Fähigkeiten, aber ernsthaft. Wenn man... Wenn man so weit im gegnerischen Gebiet ist... Ernsthaft jetzt... Also, ich bin hier also auch nicht gut gewesen, habe ich mir ja gesehen, aber... Bin ich so im gegnerischen Gebiet rumgerannt und bin dann auf die Fresse gefallen? Ich glaube nicht, oder? Machen die vielleicht den Baron? Hoffentlich nicht. Welchen Yutus eigentlich gerade? 25 ist das schon? Oh, ist ein ziemlich fortgeschrittenes Spiel. Oh, Baron ist noch da. Da sind sie gerade alle. Wenn wir kennen, auf Guardiafischen... ... dann dürfte das sogar was werden. Alter, ich habe Ghosts an. Warum nicht so scheiße langsam? Noch ein bisschen Leben. So, das dürfte meine Lebensreserve etwas aufgefüllt haben jetzt. Ich weiß auch gerade nicht, was wir machen sollen. Die sind gerade ziemlich aufgeschmissen. Wie sieht es mit... Oh, da ist eine Sona. Die wird nicht alleine sein. Oh. Na gut, wegenstabend sie den Kill bekommen. Ja, das spielen halt alle nicht so gut. Aber es ist annehmbar. Es ist keiner, der feedet. Ja gut, Yasuo ist ziemlich schlecht, aber... Naja, kann er nicht alles haben. Aber wie gesagt, hier ist er auch nicht ziemlich gut. Oh, Drache ist weg. Was ist eine Überraschung? Oh, scheiße, lass ihn kennen. Das ist eine Überraschung. Sorry, Yasuo, aber... Da kann ich nicht viel machen. Da rette ich lieber meine Haut, anscheinend zu zweit sterben. Eine vitalen Entscheidung. Oh. Da ist es auch noch. Wieso werden die eigentlich alle immer da gecatcht? Wieder nacheinander. Vlad, das wird... Ach, Javan, das wird nix. So, das gibt mir schon mal einen neuen Schub Tankiness und ein bisschen CC mehr. Habe ich auf jemanden damit getroffen? Ich weiß nicht. Wie sieht es da aus? Mondo kommt aus dem Maul. Stirbt er? Schade, er stirbt nicht. Aber Wayne dürfte ihn kriegen. Wayne kann gut chasen. Ja. Meine Kuppe ist halb empty. Warte, das Lied kenne ich. Das Lied kenne ich. Welche ist es das? Warte, der Völker hat Titel nicht ein? In Fund. Genau. Ich liebe das Lied. Das ist ein super Lied. Und Sprenge Kiel. Danach weiß ich für Stäbchen mit Kartoffelpüree. Jetzt bin ich endlich groß. Und die Hölle bricht los. Gut, dass ich hier erwachsen bin. Ich glaube, da haben Javan nicht das gleiche gedacht. Blitzcrank, wir glauben an dich. Blitzcrank. Ulti. Ulti. Das geht hier gerade ab. Ich bin tot. Das geht ab. Wir müssen aufpassen. Sonas. Krass, hier zieh dich zurück, Wayne. Alle unterschätzen Sonas so ein bisschen. Die hat nämlich gerade einen Doppelkill gemacht. So, jetzt brauche ich mehr Schaden unbedingt. Ich bin tanky genug. Ja, ich habe den Grab verpasst. Das war wirklich, äh, das war scheiße. Ich bin absoluter. Also, ich gebe Jarvan recht und ich gebe auch Blitzcrank recht. Also, man muss nicht so ausrasten wie Jarvan. Auch wenn ich mich manchmal selbst dabei erwische. Aber, gut, Blitzcrank war jetzt echt nicht gut. Der Grab hätte sitzen müssen. Das sind nämlich solche Sachen, die Teamfights verlieren. Solche Grabs, die nicht sitzen. Genau das und nichts anderes. Als Blitzcrank hat man noch mehr Verantwortung, als man glauben mag. Ignoramas heißt das Lied, was jetzt gerade läuft. Es könnte mir nichts egaler sein. Im Regenwald werden Bäume gefällt. Es könnte mir nichts egaler sein. Delfine im Tumschulterrat wie gemein. Doch es könnte mir nichts egaler sein. Wenn am Strand der letzte Fall verwest, es könnte mir nichts egaler sein. Was auch jeder Politiker ein Schwein. Es könnte mir nichts egaler sein. Es könnte mir nichts egaler sein. Ich weiß nicht, wie ich jetzt weitermachen soll hier. Es ist gerade eine ziemlich prekäre Phase. Die Gegner sind eigentlich stärker. Blitzcrank, jetzt mach doch mal einen guten Grab. Ich weiß, du bist gesheilend, aber trotzdem, wir brauchen jetzt einen. Wer steht da überhaupt nicht? Ist das LeBlanc? Schön Blitzcrank. Ganz okay, ja, grab. Aber ich muss back. Ich glaube, der Tau muss fallen. Na, sorry. Oh, fuck. Ja, das habe ich kommen sehen. Habe ich gelacht, als ich aus dem Pool kam? Ach. Ja, Javan geht gerade ziemlich auf die Barrikaden. Oh, perfekt. Gleich habe ich schon meine Rabadons. Die paar Gold warte ich noch hier. Und jetzt sind es... Oh, ich habe jetzt 341. Mal sehen, jetzt habe ich... 100 AP mehr. Wow. Die 10 Gold-Wart hat sich gelohnt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass in League of Legends inzwischen so viele Champs auf Movement getrimmt sind. Ich meine, Yasu, Arthrox sind das beste Beispiel dafür. Dass jetzt alle immer nur, dass Champs jetzt unbedingt ultimative Währung und Gap-Closer haben müssen. Und solche Champs wie Vladimir, Arise, Heimerdinger, der Alte zum Beispiel, fallen immer mehr zurück. Und ich finde es ein bisschen schade, diese Entwicklung. Ich finde Gap-Closer, wieso? Ich bin Gap-Closer... Ja, es heißt Gegner von Fan. Hasser. Ähm. Weil Gap-Closer, finde ich, machen das Spiel in gewisser Weise zu einfach. Oh, da unten geht es wieder ab. Rennen, Wayne. Was zur Hölle macht die da? Ach, jetzt zur Hölle zur Ulti. Oder was? Äh, pushen? Echt jetzt? Das ist eine Scheiß-Situation zum Pushen. Jetzt ist doch noch Sona hier. Wir sollen uns zurückziehen. Wollen die dann einen Baron? Ich glaube, die wollen einen Baron. Ich habe jetzt auch keine Worte, die ich da hinstellen kann, ich Idiot. Ich versuche, die immer so ein bisschen an Baron zu hindern. Oh, haltet den Munde vom Leib. Oh, danke, Team. Ich glaube, ich habe die sogar effektiv an Baron gehindert. Irgendwie. Wunderbar. So, weiterhin meine Blutpäckchen auffüllen. Ach, der ist ein Range-Angreifer, der Rath hier. Interessant. Baron. Okay, dann halt zum Baron. Die haben Ken und Mundo nicht. Wunderbar. Wir dürften jetzt sogar einen Baron kriegen können. Wunderbar. Und da haben wir den Baron. Da haben wir eine Wort. Da hast du eine Wort. Doch dann. Dann kam die Wende. Hipp, hipp, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Oh, das sieht passt gerade. Alles ist besser, als es gestern war. Waren wir alle traurig. Wir weinten jeden Tag. Es regnete, wir waren auf Kram. Jetzt ist alles wunderbar. Jetzt lachen ständig alle. Und reißen ständig Witze. Wir sind nur noch am Baden gehen. Das sieht passt. Und ich finde es wirklich scharf, dass ich das noch erleben darf. Hoffentlich hört man das Lied. Hoffentlich. Alle sind froh. Und überall, wo mein Hingut. Liebe und Frieden und so. So, gegen Sivir natürlich noch hiervon ein bisschen was. Nennt sich Rüstung. Jeder hat sechs Richtige. Alle singen total gut drauf. Europa, Asien, Afrika, Australien und Amerika. Alle singen hohaha. Alles ist sicher, alles ist wunderbar. Alles ist besser, als es gestern war. Ich bin absolut leid. Unser Baron Buff läuft so langsam ab. Wir müssen aufpassen. Das wird aber ein echt spannendes und krasses Spiel gerade. Und ich muss die ganze Zeit schon aufs Klo. Oh. Das hat gesessen. Na gut, mir macht er nicht so viel Schaden. Blitz. Wir zählen auf dich. Scheiße. Na, wir haben den Baron Buff noch. Der gibt ordentliche Regeneration. Ich bin gesilenced. Oh, ich kann nichts machen. Ich brauche Leben. Da kam der aber gut, der Sprung von Leblanc. Wir brauchen mehr Fokus auf Ken. Unbedingt. Ich glaube, es ist ein verlorenes Spiel. Wir haben jetzt gerade mit dem Baron Buff verloren. Javan hat zwar einen schönen Gage gemacht, aber... Na, was soll man da machen? Ich versuche, euch am Bestes zu geben. Ja, Javan ist gut. Beruhig dich mal. Wir haben halt eine scheiß Wayne. Ja, die Wayne geht nicht so, ob ihr abgehen sollte. Aber die sehen wir auch nicht. Wer geht denn von denen so ab? Ken. Eigentlich nur Ken. Danke, Yasu. Ja, gut, aber ich habe auch schon mal mit Yasu gefiedert. Von daher. Dann werden es wieder die Loser-Schuhe. Ne, Moment, das sind nicht die Loser-Schuhe. Die Loser-Schuhe sind die hier. Jetzt könnte es ein Wendepunkt werden. Javan geht back. Okay. Aber warum sind die Minas so scheiße schnell gewesen? Was geht mit denen ab? WTF, was war denn das jetzt? Da, 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 da. Noch Blitz. Ja. Ich weiß auch gerade nicht so ganz, wen ich hier fokussen soll Weil eigentlich immer eine Mundo vorne Aber wenigstens kommen wir regelmäßig meine Hälfte, meine Gesundheitsbändchen angelaufen Das könnte echt der Sieg werden jetzt, wenn es jetzt nochmal gut läuft Ich muss mich hier langsam wieder vollhealen Oh, scheiße Wir kriegen diese scheiß Siri nicht mehr down, kacke Ja, gut So aus der Art dachte ich mir, dass das passiert, aber was soll man machen So aus der Art Oh, Barron Ja gut, Dwayne macht den Barron ja relativ schnell, ne? Ja, dann macht man den Barron jetzt schnell Entweder fangt er jetzt an oder gar nicht mehr Super Wort, wirklich, wow Best Wort Boah Das ist die beste Wort, die ich je gesehen habe Wer hat Barron bekommen? Enemy Team Wunderbar Wo ist unser... Ach, Jarvan war nicht da, ne? Ja, wir haben verloren Das war's dann Das war's dann Hätten, hätten Wayne und Blitzcrank ein bisschen früher mit dem Barron angefangen Ah, die geben jetzt nicht auf Dann, äh Dann hätten wir ihn bekommen Aber hier mussten wir Ewigkeiten warten Dieses bisschen, was Wayne und Blitzcrank da hätten machen können Schon allein Wayne mit ihrem True Damage Der Prozentual von Barron stackt Dann wäre es das gewesen Dann hätten wir den Barron jetzt bekommen Und der Team wäre tausende besser gelaufen Aber ich fange wieder an, hier alle zu beschuldigen Ach, Kacke Wir wollen, glaube ich, auch nicht finishen Ah, Franzosen Überrascht mich nicht Das ist vielleicht Ziemlich rassistisch, aber ernsthaft Das ist mein, mein E-Stacken So, hier ist gestackt Wunderbar Jetzt wollen wir noch zurückziehen Jetzt wäre eigentlich ein ganz guter Moment gewesen Weil die sind gerade irgendwie ganz komisch defensiv Aber ich glaube, die haben auch noch alle ihre Ultis raus Was macht Yasu denn da? Wohin gehst du, Yasu? Jetzt chase da wieder irgendjemanden? Yasu! Yasu! What are you doing, Yasu? Okay Okay Okay, lol, lol, lol Wir gewinnen das Boah, schön, Javan Und was jetzt? Irgendwie habe ich Mund aus dem Teamfahrt rausziehen können Habe es ja selbst noch überlebt Aber unsere Base Ich brauche Wayne Ich kann den Tower nicht mit Blitzcrank zu zweit pushen WTF Was soll denn der Scheiß? Wo ist Wayne jetzt? Wo ist Wayne? Ach, wenigstens kann ich mir jetzt den Sionias leisten Das ist ja nochmal ein letzter Aufstieg Wir konnten den Push in keinster Weise verwandeln Na super Da haben wir mal ein Teamfight irgendwie Lucky gewonnen Ich weiß nichtmals wie Wir konnten den nichtmals verwandeln Ist schon arm Jetzt Javan, beruhig dich mal Ist ja gut Ich fühle Javans Schmerz, aber Naja Das Problem ist Ich glaube, das ganze Team weiß genau, woran es Harb hat Aber wir sind halt momentan so stark zurück Dass wir nicht Tower pushen können Auch wenn wir das wollten Aber die Wayne ist wirklich nicht die beste Was macht Yasu da? Bitte nicht sterben Oh, oh, oh Er stirbt Was macht er denn da überhaupt? Ich weiß nicht, was jetzt noch Yasu da gemacht hat Ganz ehrlich Yasu, bitte Jetzt kreis dich mal zusammen Geht mir gerade richtig auf die Nüsse, was hier abgeht So, noch die restliche Cooler Reduction Ein bisschen mehr AP Oh Wunderbar Komm, wir kriegen können Jetzt, lass uns pushen Wunderbar Oh, oh Wir können, glaube ich, nicht pushen Wir gewinnen jetzt vielleicht Teamfight Irgendwie, weil Blitz ja gestern einen schönen Pull gemacht hat Ich muss auch schnell den Inhip treffen Gut, der war schnell gedafft Jetzt müssen wir Delay noch deffen Na, wunderbar Aber ich mache inzwischen gut Schaden Ja, Jarvan ist gut Der Wissens ja Ich habe es anders überlegt Jarvan kriegt auch keinen Honor Ja Und weil er ganz gut gespielt hat, kriegt er auch keinen Report Ich bin ja selber dumm Und ihr Schadenbrühe Die nehme ich hier nicht krumm Für mich zählt nur das eine Die Frisur Was geht hier ab? Ich weiß nicht, was wir machen Das könnte unsere letzte Chance sein Da, verdammt Abbruch, Abbruch Abbruch, Leute Jetzt gut, ein Blitzcrank Pull Komm schon, Blitz Okay Okay, ich könnte ein paar Blutpäckchen da brauchen Um mich hochzuhallen Lol Jetzt den Mund und nicht zu stark fokussen Vergesst das Mund und Fokus, oder? Ja, Silvia macht zu viel Schaden Das war's, wir haben verloren Offiziell Ich denke, damit war's das dann Dann kann ich mich schon mal verabschieden Das war eine spannende Runde So sieht's dann aus Wenn man auch mal verliert Ich glaube, ich gewinne mein Let's Place Relativ oft Könnte ziemlich glücklich sein, ne? Ah, ne, ich geb mich auf Den Sieg lass ich denen Den Sieg kann nicht verdienen Das sind jetzt noch 5 Minuten Meinetwegen können die das noch Gewinnen Auf eine ehrenvolle Weise Für uns alle Ja, Blitzcrank macht Also einen typischen Blitzcrank-Death Die wollen uns jetzt aber echt Äh Nochmal fertig machen Ja Merkt man schon Okay, Leute War ganz spannend Wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Ach ja, das Siederbord Wollt ihr die vielleicht nochmal sehen Da hättet ihr jetzt kurz Pause machen können Oder zurückspulen Äh Leute Bis dann Wir sehen uns Bis dann